ist es sonst noch irgendwas ja ganz viel 400 gold schon einiges und nicht nur irgendwas schicken ein baum gruselige bäume sind so als wären hier überall bäume eine baum auf den kommt es überhaupt nicht mal an noch so eine höhle von einer höhle in den wald und wieder eine höhle eine baum höhle guten hungern tausende neue wege wie viele denn noch sagt bin ich in jede himmelsrichtung eine anscheinend in jede himmelsrichtung aber ich höre noch einen gluck 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 fünf wege lass mich raten da geht es noch tiefer rein jetzt wieder hoch also hat er nur den ausgang versperrt als wir hier reingekommen sind wie kann das wagen was bist du denn raupe nimmer satt huge caterpillar auf deutsch ich würde ja magie raushauen aber ne helena's mana um ist ja kein speicherpunkt aber du hast doch pflanzen jetzt zwei gefunden die deine mana wieder herstellen da möchte ich mir eher so für boss kämpfe aufsparen wer weiß wie viele es davon gibt das hat so ein süßes geräusch gemacht als es gehittet wurde oh das kannst du noch ein bisschen canceln verfehlt hast du jetzt erst noch verfehlt warte du kommst ja eh auf mich zu gelaufen dann weiche ich dir einfach aus nein alleine sie gehen auch alleine zu au und was weiß ich doch so alles komm komm es ist ein Käfer wir wissen ja aus Pokémon Feuer ist sehr effektiv auf Käfer sieht nicht gerade sehr effektiv aus ouch nein 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 bin da jetzt nicht das zweite Mal getroffen dann kriegt die Euro halt den Finisher Poison Antidote Poison Antidote das reicht immer noch nicht für ein Level ab Boelena wirkt mal harder Insektizide Insektizide also Trick eigentlich müsstest du dich ja mit einem Item heilen weil ne musst dich noch weitere 98 mal für eine Errungenschaft mit einem Item heilen ja ne wie steht es mit Wind auf die Insekten Flug ist ja eigentlich auch sehr effektiv auf Käfer was ist nichts da du greifst hier nicht der Meina an Äh, Gänsel wird wahrscheinlich nicht ausreichend, es zu killen. Obwohl, was denn da nachtragen? Hast du eigentlich noch irgendwelche elementaren Angriffe? Wir können ja mal Elektro versuchen! Mal ausprobieren. Sturmwarnung! Ja... Elektro... Und einiges in Schaden. Oh, ich seh schon, das wird sowieso labyrinthartig-wissig. Da müssten wir hergekommen sein, weil ich bin da noch herlaufen und hab da aufgeschlitzt. Wie wär's eigentlich mal mit so nem Speicherpunkt? Voll lieb! Ich mein ja nur, ne? Sag mir nicht, hier gibt's dann überall Ausgänge. Das ist jetzt wirklich der richtige Weg, den ich gelaufen bin. Da gibt's ja überall Ausgänge. Da hinten nicht auch noch was? Ja. Sag das so gut, wenigstens etwas. Jetzt gerne Minecraft den Gang zubauen. Hm, das war schön. Ja, gut, dass ich hier nimmer reingegangen bin. Ekelerregend. So viele Gänge, so unübersichtlich. Ich werd wahrscheinlich 500 Mal in dieselbe Richtung laufen. Auch wenn ich nen Kompass habe, aber ich versteh den nicht! Super check, ne? Du musst auch nicht alles verstellen. Du musst auch nicht alles verstellen. Es ist illegal, alles zu verstellen. Echt mal. Du wirst ihn jetzt sowieso mit dem Schneeball wegzacken. Kannst auch ihn angreifen. Wait. Das ist wirklich ein Lot of Snow. Einer ist noch übrig. Und du siehst auch schon wieder so Girl of Elena aus. Vergiss es. Nein! Es reicht nicht! Doch! Es hat gereicht! Es hat gereicht! Rio, du warst schnell genug! These guys were no real challenge. Echt mal. Jetzt sag mir nicht, ich bin ernsthaft den richtigen Weg als erstes gegangen. Oh! Neue Waffe für Elena! Oh! Neue Waffe für Elena! Das kann doch nur mir passieren. Das kann doch nur mir passieren. Das kann wirklich nur mir passieren! Das ist wieder der richtige Weg. Was ist eigentlich sonst noch irgendwelche nationalen Gänge? Falls nicht, ich gehe einfach raus. Das ist sogar der Weg nach draußen. Mich zieht es zum Ausgang, habe ich das Gefühl. Hallo, Jedis! Die lassen wir mit dem Speicherpunkt. Ja. Hiodo, wieso bist du erst als drittes dran? Was soll ich auch? Ne, hast du gar nicht. Warum nicht? Was soll das? Ich würde dich auch gänzen können. Hey, wer denn damit rechnen können? So. Let it burn, burn, burn! In a burning heat of fire! Ja! So, sie drehen sich alle wunderschön im Kreis. Du möchtest gerne mich angreifen. Nichts mehr mit Kontern, Chicken! Das wird eh nicht klappen. Wenn du versuchst, irgendwen zu kontern. Das wird nur in die Hose gehen. Jawohl, können wir ja mal versuchen, ne? Vertraue einfach auf das Herz! Weiß ich nicht. Dein Kriegerherz. Nicht das Herz der Karten! Das ist allkünftig. Das ist allkünftig. Eine Magiebill erreicht auch schon ihren Nullpunkt. Nichts. Super. Echt. Super. Ja. Leider, du bist nicht schnell genug. Du Dinger. Was soll das? Tücken versagt. Nein! Nein! Wenn du beizt! Ich muss Ronen jetzt gleich unbedingt teilen. Ich habe jetzt noch den Karten. Ich habe noch einen Malen. Ich habe noch einen Karten. Vielen Dank.